Bonsoir, auf geht's zur Late Night Session in Kraftfahrung, Kraftgymnastik, Donnerstagabend, mal schauen, und, oh, schon Full House, jetzt gleich ein bisschen gekrabbelt, Muscle Up Progression, ein bisschen Gewicht heben, kleines Workout, ab geht's innen. Trainingssession beendet, Kraftgymnastik mit der ganzen Crew, waren viele Leute da heute, war richtig gut. Samstag Nachmittag im Kraftladen, wir hatten ordentlich Leute da, die uns geholfen haben, dann das Rack in den Boden zu schrauben, dass das auch hält, für die Kraftgymnastik morgen früh. Dann war der Marc noch da, für Vorbereitung, Coaching für seinen Kraft-Dreikampf, plus Pull-Ups, plus Push-Ups, werde ich auch nochmal ein Update geben, das wird gut. Hamburger Fraktion, ja, dann mache ich jetzt Feierabend für heute, morgen früh geht's weiter. Moin Moin, ist Sonntagmorgen und ich packe Surfretter ein. Morgen geht's nochmal für eine Woche ans Meer und jetzt erstmal los zur Kraftgymnastik Sonntagfrüh. Liedertalung auf feelte, die machen. Space für euch ver Vitale. Auch hier, mit denückenbenbern � cascade. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018